äh, da kann man alles kaputt machen da hinten gab es aber glaube ich noch was okay, vielleicht ist das ja nur den linken kann hier vorne ist eine Ruhe, die ist nicht für mich ja, es gibt was, Alter äh, da steht da vorne schon so ein Bull ja, also hier vorne kann man aktivieren, im Moment und da gibt es den sitzenden Mann, den Vogel und die Schläge um den Hals und man muss die wahrscheinlich, da vorne ist der Vogel ich glaube ich sehe da vorne was äh, hinten ist Wasser da sehe ich auf dem link nicht habt ihr die Fußabdrücke hier gesehen? ach also hier vorne ist der Vogel da vorne habe ich so eine Krone gesehen ist die Schlinge ach, ist das das, ist das das hier was man ah ja da unten rechts stimmt jetzt, das habe ich gesehen ja, die Schlinge stimmt doch, die Schlinge stimmt auch die ist da, und der Vogel lass mich eben kurz gucken, ist das der richtige ja, also ich finde es sieht gut aus Steffen wie gut, dass du gewartet hast ja, war doch richtig äh, hier oben ist ein ja ich habe auch endlich mal ein Comic warte mal ist da da, das war aber versteckt ja, wir haben hier unten jetzt die Tür auf ja Fjalk braucht ja seine Superwaffe deswegen lassen wir ihn dran und geben ihm ein Baby an sich habe ich ja schon eine Superwaffe ja nicht drüber nachdenken oh hab ich den Schwarz verpasst schon? Na gut ja, war nur eine ich habe eine Katze ich habe eine Katze Katze? ich sehe sie ich habe sie mehr gesehen hier kommen Skarabeen ja, ich habe hier gerade ein paar Untote das ist geil nicht zu k was sieht auch überhaupt nicht gruselig aus wo wir hier gerade sind Ja, ja. Halt nicht, wo will ich mir so viel aussehen. Einfach gut. Ist ja tatsächlich gerade eben einmal ausgewichen. Was für eine Arsch. Frechheit. Okay, da haben wir das hier aber glaube ich. Nee, kommt man nicht rüber, ne? Hey. Autsch, ich muss mal einfach nehmen. Ja. 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 Natürlich. Ach, hier die Tür ist ausgegangen. Das ist nichts passiert. Ja, aber hier sind wir noch weiter gegangen. Also es war wahrscheinlich nur... Ja. 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 Ich habe das einen genommen. Ich brauche keinen. Ich bin fast. Ich bin voll. Ja, ich brauche. Ich habe einen dabei und den muss ich nicht kommen. Ja. 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 Die Tür ist offen geblieben. Ja. 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 Was ist das? Ich habe gerade ein Feld ausgelöst. Und das war gerade gut. Ja. 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 Ich muss nur kurz nach oben finden. Da, da, okay. Ja. Ja. Ah, ja. 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 hast du auf die geschaffen ich habe drauf geschaffen und hat nichts gebracht an dem haupt ist auch ein symbol an unserem burka drin waren waren so wohl und auf dem boden war eins da bin ich drüber gelatscht das ist aber schon ausgelöst dass sie umgeflogen hier vorne ist auch ein symbol aber passiert nichts wenn ich mich aufstellen hier oben ist noch ein halt rank ich habe hier oben was ausgelöst ja jetzt haben wir scheinbar alle kisten ausgelöst da kommt die übersetzung leider auch mal nicht ganz ja unten sind jetzt ganz viele freunde erschienen ja kommt hier die auch irgendwann hoch schütze ja ja ein bisschen wenig ja aber das hatten wir die drei sombole an der wand hier schon gesehen zumindest die schüssel das geht die waren freigeschaltet hatten okay ja aber was muss man denn damit machen ich weiß nicht und darauf schießt man nichts gebracht wird eben noch nicht aber sind das nicht die war ausgelöst hatten schon dass das nicht auf dem boden die das in dem haus wo ich drüber geflogen hier ist das auge das war ja auch neben der türe waren wir hier oben schon dann haben wir glaube ich ja ja ich habe hier hinten ist noch eine andere türe mit zum aktivierungs stein was eine andere symbole sind wieder die aus den häusern noch auf den häusern hier kann man doch was aktivieren ach so ja ich mache schon mal das maus aktivieren erst dann mache ich schon mal aber dann halte ich das sind ja unsere üblichen sechs hase skaradeos krone würde ich das nennen ach ich sehe es kann einer da rangehen naja doch doch es ist hase ohne das war korrekt dann nehme ich die kiste mal nicht sondern du hast es gefunden da muss man muss man sich auf die boden sachen drauf stellen gleichzeitig meint so eventuell aber die boden sachen sind ja nicht mehr kommt doch nicht dass wir vielleicht machen irgendein geräusch das war schon was man hmm tut's am also was in der falsche reihenfolge wüsste ich jetzt also weil das ist jetzt einfach gar nichts über die bodenplatten da läuft ja auch ausgelöst und wohingen ja das also ich glaube ich glaube halt schon dass wir die richtig dass wir die durch zufall einfach richtig ausgelöst haben ja jetzt müssen wir mit den symbolen über den hausein gehenden beziehungsweise hier neben dem tor was machen lassen sich ja nicht anschließen wir uns ja muss ich glaube dass man hier drin das tor aufmachen würde das heißt wir müssen eigentlich die sperre runter kriegen ja genau und dann kommst du wahrscheinlich dann kommen wahrscheinlich ok ich komme gerade auf die hier raucht es fehlte uns glaube ich noch ein symbol ja ja ich sag ja es fehlte uns wohl noch ein symbol ja ich würde erst mal die ich werde erst mal glaube ich die waffenbereit ich würde mich ganz gern in position bringen bevor daran gedreht wird ich gehe auf dieses haus nach weil die habe ich mir nicht erwartet dann gehe ich auch noch auf den haus raus wenn ich hier drin eine treppe finden würde hier gibt es keine treppe da kann es aber außen am haus da kommt sonst aber halt auch vorne über die eine kiste wenn jetzt oben gut dann trägt man ja aber viel spaß beim sterben tschüss ich muss weg da kann ich soweit werfen und wenn nicht ja in der tat ist hier oben also ich bleib ich bleib ja drauf weil ja ja mit meiner waffe kann ich im bios halt einiges machen neuer wälder das war irgendwie zu leicht hier liegen zwei Heiltrank, ich brauche auch keiner also ich bin voll und ich habe einen Heiltrank ich bin wirklich voll voll ja dann erstmal hier vorne gucken ich bin so schreckhaft sieht das aus wie eine Tür, die man noch kaputt machen kann nee sonst ist hier glaube ich noch der Kristall hallo, jemand zuhause Katze, verstand halten ich sehe sie nicht ich schon oh, sie sind da, Freunde und da sind fünf Feinde hochgejagt kein Erfolg das war ein stein das formed wir haben das war das das doch Ich mach mal die Träume. Ähm, Bonuswaffenkiste? Ja, die nehme ich nicht. Ich spare die Waffe. Ja. Hab ich. Das kommt größer als 5. Katze? Ja, dann nehme ich meinen Halt dran. Haben wir alle. Habt ihr die Katze schon aufgehoben? Nö. Dann mach du. Brauch's nicht. Ja, ich habe auch volles Leben. Volles Leben und ein Halt dran. Jetzt gehen die nicht da aus. Das ist ein schlechtes Zeichen. Nein. Oh, das sieht sinister. Wenn das Spiel so viele Heiltränke gibt, das will man damit was sagen. Und Thor war hier, glaube ich. Ja. Hier hinten ist dann, glaube ich, auch Moni später. Könnt ihr euch merken? Weil ich glaube, hier wird irgendwas passieren. Nein. Wo bin ich hier schon mit? Dann dränge ich vorher noch einen Schluck. Okay. Siehst du, nichts passiert. Ja, das löst sich auf. Wie schön. Gut. Gehen wir weiter. Ein Fußballspieler. Darwins Spektakles. Welche massive Misskreation. Siehst du, Messi hat er gesagt. Wie haben unsere Heroes mit ihren Matchen. Ja. Das ist Kulturgut. Das macht man nicht kaputt. Ich würde einfach mal tippen, dass auf der Brust ist, wo man draufschießen will. Richtig. Feindlich. Unsere Musik. Vermutlich ist es dann wieder so, dass dann... Das war aber laut. Oh, das war aber laut. Das war laut. Okay. Wo er es lang schwingt, wenn man auch nicht durch rennen. Wo er es lang schwingt, will man auch nicht durchrennen. Oh, stimmt. Das rückt aber auch noch mal Mut. Dieser Sound, der passt nicht... Von der Lautstärke nicht zum Rest. Aktivieren. Ich glaube, ich habe das auf dem Rücken gegangen. Ja. Und er holt jetzt auch Freunde. Oh, das ist so cool. Ich habe noch eine Menge, die ich habe. Ich habe mich noch mal in der Mitte von der Seite. Was sind für nur nocht? Ich bin wirklich sicher. Wie ist das? Ey, ich bin ausgewichen. Hat meinen Heilsrang genommen. Ich würde gerne so eine Lichterscheibe nehmen. Ich weiß, ob das noch was bringt, was ich hier tun. Ich glaube, immer wenn da rot aufblinkt, dann heißt das, dass man getroffen hat. Oh, komm. Nee. Nee. Jetzt. Er hat so eine Lebens- jetzt hat er es auf dem Kopf. Das stimmt. Hm. Ich gehe eben wieder in meine Aufgangsposition zurück. Ich höre mich gerade von dem... ... ... ... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das haben wir gut gemacht. Das war's. 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 Das war's.